Zu dem zu zweit würde ich sogar noch anhängen, dass es glaube ich sogar fast vermutlich mehr Sinn macht, das nicht mit direkten Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen zu machen. Weil, wie du gesagt hast, ich glaube bei diesem Heranarbeiten oder bei diesem Lauten vor sich hin Reflektieren sozusagen, ist ja genau dieser Perspektivenwechsel das Entscheidende, wo dir dann vielleicht genau Menschen, die jetzt nicht konkret vertraut sind mit deiner direkten Arbeit dann sagen können, ja aber bist du sicher, dass quasi diese 15 Ziele in den nächsten 21 Tagen so gut machbar sind. Wohingegen vielleicht dann Kolleginnen und Kollegen von dir oder wie auch immer im Team Menschen das gar nicht so sehen würden, weil sie ja in dieser gleichen Wellenlänge sind mit, ja gut wir haben dieses große Projekt, wir haben hier diese Teamziele, wir haben diese Unternehmensziele, wie auch immer. Das heißt, ich sehe das tatsächlich nochmal als positiven Faktor, an dem man auch was drehen kann, nämlich am besten eben, wie du es gesagt hast, am besten sowieso mit einem Freund oder mit einer Freundin, mit der man sowieso einfacher reden kann. Weil, wie du es gesagt hast, das Wichtige ist ja, dass man mal erzählt, so okay, das habe ich vor, also das soll ja eigentlich eine sehr natürliche Sache sein und fast schon so, wie wir es immer sagen beim Journaling, wo es halt eine, es ist halt etwas, das persönlich und offen sein sollte, mal sich selbst gegenüber. Bei solchen Zielen würde ich das eine Stufe zwar woanders hinstellen, also jetzt nicht so, dass ich jetzt sofort jedem alles eröffne, was quasi meine privaten Gedanken sind, aber genau bei so Zielauslegungen ist es, glaube ich, unheimlich hilfreich, jemanden zu haben, dem man das mal erzählt und die Person mit dieser anderen Perspektive halt sofort Feedback geben kann. Noch dazu auf einer besseren Ebene als eben vielleicht Teammitglieder das könnten, was quasi dann spezielle Tasks angeht und das finde ich eigentlich super wertvoll.